Ja, hallo zusammen, liebe Meta-Forum-Fans. 2020 war in vielerlei Hinsicht ein herausforderndes Jahr. Das wird es vermutlich auch nächstes Jahr noch bleiben. Ich freue mich sehr auf meinen Workshop im Juli 2021 in Abano, auf viele spannende Gespräche und interessante Diskussionen. Agilität ist, so glaube ich, mehr denn je ein zentrales Thema und oft sind es eben nicht die offensichtlichen Tools, die wirklich weiterhelfen. Ich habe ein spezielles Weihnachtsgeschenk für alle, die nicht bis Juli nächstes Jahr warten wollen, nämlich eine kostenlose Durchführung meiner Agile Capability Analysis. Ja, hier ein Ausschnitt draus. Das ist eine kostenlose Analyse, wo ihr in eurer Organisation steht, quasi eine Art Check und zwar in Bezug auf Agilität, wo ihr steht und was ihr angehen solltet. Selbstverständlich gibt es auch Tipps und Empfehlungen mit dazu. Was müsst ihr tun? Voraussetzungen, erstens ist, meldet euch für den Workshop an oder wenn ihr auch schon angemeldet seid, ist das auch okay. Okay. Zweitens ist wichtig, dass ihr interne Infos aus der Organisation, aus eigener Erfahrung habt. Deswegen richtet sich das an alle internen, sprich Angestellten, Ansprechpartner, sei es jetzt als Linienmanager, Geschäftsführer, Bereichsleiter oder auch als verantwortliche Personal- und Organisationsentwickler. Wichtig ist auch, ihr müsst Agilität als Anliegen haben, das in eurer Organisation voranzubringen. Was müsst ihr tun? Schickt mir ein Mail an info.at dunya-lang-consulting.de. Sagt, dass ihr für den Workshop angemeldet seid und dass ihr gerne einen kostenlosen Check hättet. Die ersten drei, die mir ein Mail schreiben, die auch interne Ansprechpartner aus Unternehmen sind, bekommen den Check kostenlos. Ja, meldet euch bei mir. Ich freue mich auf euch. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Viele Grüße und bis bald. Bleibt gesund. Bis bald. Und... Amen.